hallo und moin moin nach einem epischen intro so wir spielen jetzt eine runde vulkan auf funville und wir sind hier bei fun day monday und ja wie gesagt ich bin jetzt eine runde vulkan auf funville ich wollte schon funville auf vulkan sagen so ganz ganz wichtig ich habe jetzt ein neues intro ich finde es legendär episch und ihr dürft natürlich euren senf dazugeben was ihr denn davon haltet ich würde mich über konstruktive kritik sehr sehr freuen und ich hoffe ich fähre jetzt nicht gleich am anfang ich muss darüber ich muss darüber und ich muss das brennen aufhören bevor ich sterbe so jetzt brenne ich gleich klar klar natürlich team komm geh weg so warte jetzt tue ich mal so als ob ich weggucken würde komm da sind zwei hinten kommen die rüber kommen nicht rüber ich hasse zweier teams ich hasse sie so jetzt gehen wir mal schnell weg hier hier ist nix ah die haben mich nicht getrollt wow oh ich hätte fast in die lava geschmissen gott ist der gott war das nervig so jetzt schauen wir mal gleich hier wir nehmen jetzt grundsätzlich mal alles mit wir wissen ja nie war alles was man nicht mitnehmen kann uns den tod kost das leben kosten und alles was ich jetzt nicht brauche schmeiße ich jetzt mal einfach mal weg so eier können wir noch mal gebrauchen eier eier wir brauchen eier so jetzt schauen wir mal wo diese gegner sind wo seid ihr kommt raus aber bitte kein zweier team und da alter alter der hat doch gecheatet habt ihr das gesehen der war voll in der wand drin so ein scheiß ok 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 ich hab gesagt wir machen einen cut und wir sehen uns in der nächsten runde bis gleich so willkommen zurück in eye of horos also das auge des horos einfach mal um nett zu sein das haben jetzt einige noch geschrieben hallo youtube und ich habe eigentlich gesagt ja dass ich mir das eigentlich nur im game mache und lobby vorausschneider aber ich zeige euch jetzt einfach mal trotzdem weil ich ganz nett bin so gucken wir mal wen gibt mir zero zero wo soll ich noch nie gespielt ja doch eigentlich schon aber ich kenne mich ja null aus ich hoffe ich kriege gleich eine kiste alles andere wird doof weil ich kenne mich ja wirklich null aus überhaupt nicht sorry dass ich jetzt sechs anfangen einige für die einigen ist das ein geschwür im uhr können wir gleich mal ich brauche eine kiste mon amour wo ist hier eine kiste da ist eine kiste schwert 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 oh ich hab ein schwert ich hab ein schwert ein holzschwert aber ein schwert was sich wahrscheinlich noch bewährt so das hat sich gereimt äh ein keller ist nix was er denn hier in die richtung gegangen ich brauche eine opfer zum verkloppen oder ich werde verkloppt eins von beiden wo ist die gegner wo sind die gegner hey leute kommt raus ich spiele nur los wo seid ihr ja aha gehen wir gleich mal da hoch vielleicht ist ja da oben irgendwas wird der kopf ja gegrillt oder gyros boah ein wizard an der bar äh äh wollen die mich hier verarscht denn ich finde keine kiste leute von heute wo sie sind die kisten kennt ihr euch hier aus ich kenn mich hier nicht aus ich glaub hier oben sind keine kisten mehr oder waren auch nie kisten ach egal ich geh wieder runter weil ich ja mal den weg finde ouch ouchen scheiße ich hab nichts zum essen ich hab nicht mehr genug um mir ein brötchen zu machen genug stroh vielleicht halte ich ja lange genug aus bis mitternacht also ich hab da grad den namen gelesen ich hab den namen gelesen ich hab das gefühl das wird voll der fail nee so viel besser equipped ist er gar nicht ich kenn mich null aus ich laufe aber durch wie Uli Karel ich glaub da rennt sein Bro entgegen hey scheiße ich hab die gepusht wo ist der ach bleibt doch stehen hier gibt's doch nicht der geht da hinten wieder raus ich lass mich noch nicht verarschen bleib stehen Polizei bam tot er hat ein Eisenschwert ui Brötchen Brötchen er hat Brötchen wuuu hat er noch Sticks dabei gehabt ne aber ne Angel das ist schön mal gucken ob welchen Gegner uns wird diesmal angeln die Angel des Todes die Angel des Todes die Angel des Todes kommt her wo sind die Gegner oooohh sind die Gegner ja jo ich bin Partner von Mediacraft das ist auch das sieht kann man ja auch einfach bei mir auf der auf der ding sehen wow ein Stick ein Stick ich brauch ich brauch oh ich 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 brauch äh ja ne äh 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 verantwortet ihr gleich noch nebenbei Fragen äh Brain of Car äh ich brauch hier ein Crafting Table wo ist ein Crafting Table weil weiß irgendeiner der wo hier hier ein Crafting Table ist ihr könnt es mir sowieso nicht beantworten weil äh ich find bestimmt noch vorher einen bevor ihr mir einen Kommentar schreibt ah 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 so äh wann hab ich denn Youtube angefangen November November 2013 so äh ich mach in die Mitte ich muss dann spawn wo ist denn der spawn da hinten ist der spawn oder ist da hinten der spawn ich glaub nicht guck 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 der ist tot tut mir leid da sah ziemlich Brain of Chaos ich glaub ich hab alle mit 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 dem Chat hier ein bisschen abgelenkt das ist immer nur ne Taktik ja schreiben mit der Community während die ich kämpfe Alter sie ist brillant oh da hinten ist noch einer der hat mich nicht gesehen wo ist denn hier ein Crafting Table haben wir Arschen normal bist du doch immer in der Mitte ein Crafting Table Moment boah wer hätte damit gerechnet jetzt kommt sowieso gleich einer von hinten doch nicht die kommen nämlich immer von hinten die Säcke oh da hinten bleib stehen bleib stehen du sollst stehen bleiben komm 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 bleib stehen oh ich hab mich mit einem Schneeball getroffen gibt's das da ist das Ei des Horus äh ich mein das Auge meinst du du kannst mir entkommen du kannst mir entkommen denkst du du kannst mir entkommen das kannst du vergessen jetzt bleib doch mal stehen ich will dich doch nur was fragen sehr hoch sehr hoch sehr hoch bleib stehen roche roche bleib stehen komm 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 okay ich angele nicht mehr bleib stehen komm schon den ich will nen Autogramm jetzt hatte ich glaube ich mit falsch geschrieben egal wo ist denn der jetzt hin hat mich da verarscht oh wusste ich's doch ich dachte mir doch der kann nicht so schnell verschwinden komm schon mach's mir doch nicht so schwer wie er schon Opfergaben gibt bitte töte mich nicht hier hast du mein Eisenschwert episch episch so hat er noch irgendwas liegen lassen ein Eisenschwert das nehmen wir mal mit vorsichtshalber nicht dass es jemand anders kriegt was kostet 27 Euro ach egal so jetzt sind wir ja gleich im End Battle ich glaube ich werde verkacken ich glaube ich weiß es nicht ich gucke mal drückt mir die Daumen die Däumchen kurz Frips weg machen oh 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 geht weg geht weg ich höre noch mal Schritte ich höre Schritte ich höre Schritte oh den habe ich mir aufgehoben komm her komm her komm her komm her komm her w system nä moms um drückt und das ja du eu win 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 na